Wie die WWE auf Twitter bekannt gab, wird Stephanie McMahon bei der kommenden Raw-Ausgabe eine große Ankündigung machen. Spekuliert wird, dass es sich hierbei um einen reinen Frauen-Pay-Per-View handelt, den der Marktführer in die Tat umsetzen könnte. Als Steph zuletzt eine solche Botschaft verkündete, announced sie das Frauen-Royal-Rumble-Match, nachdem die Fans nach dem Greatest Raw-Rumble in Saudi-Arabien ihren Unmut über die reine Männer-Show kundgetan haben, versuche die WWE die Wogen mit einem reinen Frauen-Event zu glätten. Es macht aktuell nicht den Anschein, als würde der Undertaker bald zurücktreten. Neben dem bestätigten Auftritt bei der WWE-Stadion-Show in Australien mit dem Namen Super Showdown, wird derzeit ein Auftritt beim Summerslam spekuliert. Bei diesem Auftritt könnte ein Rematch gegen John Cena eingeleitet werden, was dann bei WrestleMania 35 umgesetzt werden könnte. James Ellsworth ist nicht unter Vertrag bei WWE, er wird pro Auftritt bezahlt. Dies könnte darauf hinweisen, dass WWE keine langfristigen Pläne mit Ellsworth hat. Der zweimalige UFC-Champion Cain Velasquez trainierte kürzlich im WWE Performance Center. Velasquez besiegte Brock Lesnar 2010 um die UFC Heavyweight Championship. Er erwähnte bereits in Interviews in der Vergangenheit sein Interesse an einer möglichen WWE-Karriere. Er sei mit Wrestling aufgewachsen und könne sich vorstellen, öfter in den Ring zu steigen. The Rock erreicht einen weiteren Meilenstein. Der Business Insider gibt bekannt, dass The Rock der höchstbezahlte Schauspieler aller Zeiten sei. Kürzlich äußerte sich The Rock in einem Interview über seine Zukunft bei WWE. Er könne es nicht erwarten, wieder in den Ring zu steigen. Wann und ob dies allerdings passiert, bleibt abzuwarten. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal.